Moin Leute, wir sind am Start. Wir müssen den nächsten Schweiß für Tidus machen. Er schickt uns hier von A nach B, von B nach C. Ja, wobei wir uns mal nach C schicken, weil wir würden nämlich gerne im Block C. Aber dürfen wir nicht, wenn wir nicht das gesamte Gefängnis erstmal hier anscheinend durchsucht haben. So, jetzt sind wir im wirklichen Milieu angekommen. Alles ist nie genug. Eben. Aber naja, was tut man hier alles, um die Welt mal wieder zu retten? Weltkenntnis, da steht uns im Vordergrund, geht es ja erstmal um die Scheißinseln zu kommen. Ja. Das war effizient. Das war effizient. Das war es. ja und anscheinend war ich komme sofort aber da war einer der es explodiert sehr schön beruf ist geschossen hier in dem raum gehen die stahl ja komm lass mich aufstehen auch hier müssen wir durch ja dürfte ich mal hauen ich habe volle fast volle dingens aber ich darf nicht zuschlagen jetzt so ein explodierender witz kaputt endlich mal wieder ich dachte der war gestand der hatte elektroschock effekt jetzt ist sie noch einmal auch schön hinter mir steht auch noch ein ich dachte ach du bist schon wieder weiter gerannt verhalten ja ich habe nicht mal gesehen hat auch noch mal gestand mit dem weg eigentlich ja natürlich erholt aus du gehst zurück du bist tot schnell ja übertreibt naja gut hier sind ja auch noch welche komm schon spiel ich bin unterwegs hoch ein anderen weg ja ja runter ja ja auch ich war los ach gott so ein renner der einen umschubst ich nicht ok er vor allem nicht um so ein renner sondern auch noch so ein anderer Dicker, der sich nicht umhauen lässt. Ja, genau, steh auf, oh gut, sterb einfach, dann kommst du hier oben in dem Raum aus. Drücke B um zum anderen Spiel zu erreichen. Blah, blah, blah. Okay, warte noch, es ist kompliziert, ach sie ist da um die Ecke. Ja, reparieren, 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 kann ich was upgraden zufälligerweise. Ja, den darf ich erkrönen, der ist nicht zufällig. Ich komm mal, guck mal. Ja, Leute. Ja, treppe runter. So, jetzt bin ich auch noch, ja, ich hab auch noch Dötting ins Spiel zu tun. Äh, ja, nehmen wir das, toll. Darum, das Reis zu essen. Geh doch. Lauf durch die Tür. Boah, die ganze Tür hoffen, die schieb ich weg. Keine Ausdauer. Leck. So, da stehen ein paar Stinker rum, Vorsicht. Geh sich da. Abduß dich, kanalization. So, da ist noch so ein dicker. Da ist noch so ein dicker. rot und alles. Ja. Meine Fresse. Ja. So, da kann man jetzt mal hier einfach abrufen. Geh nach oben. Ja, gerne. Aber wo? Ja. Ah, dumm, 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 dumm. Jetzt ich hab's die Leiter gesehen. Verlassener Duschraum. Probe einen Weg zum Fahrstuhl. Ja. Okay. Machen wir. Was ist denn hier passiert, ey? Ja. Eigentlich sind wir nicht wegen euch hier, sondern... Zufall. Ich muss mal sagen, du bringst den Leuten kein Glück. Ich würd mir doch Gedanken machen. Ich würd mir doch Gedanken machen. Ich würd mir doch Gedanken machen. Ich würd dich irgendwo lassen. Es gab nichts, was wir tun können. Ja, ich würd mich dran, was wir tun können. Ich höre, was wir tun können. Ja, ich bin schön. Ja, der Leiter. ja ich auch ich habe keine antwort passiert ist betritt den fahrstuhl okay okay so war geplant okay nicht so richtig funktioniert scheinbar ich habe keine Zeit für einen verdammt schlafen was passiert? ich hörte dich zu White ich bin derjenige, die du öffnest dich zu öffnen wir müssen hier raus raus wie jetzt und wie machen wir das? seit Kurt hat mich gefällt er kam in hier und hat es direkt aus dir wie du es wusste, wo du es findest die vaccine ah, was zur Hölle das ist einfach toll Ich sagte, wir können ihnen nicht glauben. Wir müssen uns umgehen. Komm schon! Da ist ein Schöpfer auf dem Ruf. Er ist für White. Und wenn dieser Scheiße ihn vor uns geht, er fliegt aus hier und schlägt in die Bombers. Thermonuclear Annihilation. Die ganze Heilige Kirche. Wir müssen ihn holen, während wir noch eine Chance haben. Welche Chance ist das? White geht in den Krankenhaus. Er holt seine Frau, um ihn zum Schöpfer zu holen. Sie ist aus seiner Heilige Kirche. Das dauert ein bisschen Zeit. Er geht durch die linke Seite. Nicht so viele infekte, aber das ist die lange Zeit. Was ist der kurste Weg? Geh den Elevator nach oben. Das zieht dich direkt nach der anderen Seite des Krankenhaus. Es ist riskierer, aber wir können den Ruf. Los! Ja! Wir müssen den Elevator entfernen. Ich und die Rest nehmen den sichereren Weg. Wir treffen dich an der Oberfläche. Schöpfer ein Leger. Schöpfer ein Leger. Ja! Reparieren. So schnell wir die Waffen hier kaputt gehen, ist das wichtig. Ja. Ja, wir haben alles praktisch gemacht. So. Da lang? Da lang? Da lang? Nicht da lang. Da lang? Nicht da lang. Da lang. Ach du Scheiße. Pass auf, der platzt. geplatzt wo kommt ihr denn alle her der treffer ist manchmal auch ein bisschen merkwürdig mit so pistolen und schießt definitiv triffst du den und ja das ist immer nix what the fuck hat der auf mich geworfen und werft ihr fragen sagt ja das ist das hat sich ja vorhin auch einmal beim letzten mal da hat ja auch nicht geschmissen ja gott da kann ich auch nirgendwo hinlaufen kann gut er darf event wogegen ich schaue den unterstieg ich direkt um jetzt kommst du da durch dicken nein kommt er nicht aber ich darf dich auch nicht treffen das ist perfekt ja und jetzt endlich dadurch du kannst ja hier super ausweichen auch cool bis in der quicktime event gefangen und wir sind gerannt perfekt und ich weiß nicht so ganz wird die idee ist bei solchen die halten ja auch das ist ja nicht nur die halt dich halt sofort und klatschen muss die auf 500 mal irgendwie treffen dass die mal umkrieg bitten schnauze folie und jetzt auf auch noch laufen ist mir scheißegal eigentlich zähl mir nicht für euch lasst mir mein rohr noch echt müssen doch schneller als der sein ja die treppe hoch wenigstens weiß einfach durchlaufen kontrollpunkt exploriert ja guten tag muss man kurz hier durch lasst euch nicht stören lasst was nicht vorbei naja super die mich von hinten hier kommt der treppe ja 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 ich bin da ich bin da aber woche lesen oder stand ja hier gibt es zu viel ja auch müssen töten ja cool da steht auch noch einer der schießen kann ich sehe den da oben noch nicht mal der bünkert über die mauer nehmen erstmal die ganze seite hier kurz da kommt man genau da kommt umher so cool ja komm lass mich doch wieder aufstehen ja 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 klar 700 geh ich da müssen wir immer noch mal stehen ja 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 wir haben denn jetzt die zombies auf einmal ach ja da ist auch ein super design von einem kampf einer der da oben steht die ganze zeit auf sich schießt und dann kommt er versteckt kannst und kommt man auch irgendwie nicht oh also ich habe keinen weg nach oben gefunden jetzt habe ich den weg ja ich darf ich auch aufstehen ach von hinten kam auch noch welche ok gut sehr gut das spiel aber oben und ihr seid acht leute da der ist alleine das ist Ja, endlich. Ja. Er hat uns warten lassen. Das wird ja jetzt so ein super oberendbus zum million hat. Das sieht so aus, ja. Ja, wow. Was steht denn hier alles im weh? Alter. Der fliegt ja gar nichts im Leben. Ja, vor allem geht es so weit von steil gerade. Okay. Er ist das erste Mal gestorben. Ja, was soll ich jetzt da zu sagen? Ach gut, da ist noch ein gestorben. Komm, das brauche ich jetzt hier um? Oh, ich bin irgendwann auch wieder da. Ja, ich kann mich nicht bewegen, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Und der kommt direkt angerannt und boxt mich. Junge. Ja, ich bin gleich auch wieder da. Ich bin fast tot. Ja, ich bin jetzt jung. Okay, er hat mich untergeschmissen. Ja. Du bist bei uns weg. Vor allem ist einfach. Ja, tschüss. alter aber gehen ja 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 was macht sie wollte die ganze Zeit benutzen mitten jetzt steht sie da und guckt blöd oder was einfach mal ein bisschen die Aussicht genießen ja Was ironically, originally, a penal colony and stilled houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack and that the intentions are global. Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There is no basis for these ridiculous rumors. The entire island is under military quarantine and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen and every other terrorist in prison there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way and you can be sure that the virus or whatever it is will not leave the island. Aha. I am not sure. The whole world is anxious to see what is happening in Bernoulli. For the moment, all flights in and out have been canceled. Oh, shit. Oh, my God. I've got all my own problems, man. As long as the world is the way it used to be. It's not. And never will be. Trust me. Ja. Finally. Ja. Wir haben es alle zusammen durchgestanden. Eieiei. Was soll ich sagen? Vorbei mit Dead Island. Was soll ich sagen? Ich hatte mir ein bisschen besser vorgestellt. Steuerung sehr schwierig und alles. Kämpfe teilweise echt scheiße. Aber gut. Wir haben es durchgesogen. Wenn wir was anfangen, dann macht Ben was auch. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und schaut mal rein bei uns an anderen Projekten. Bis dann. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.